Meine Besten, die Zeit beim SV Frauentag war eine sehr tolle, sehr lehrreiche Zeit. Leider geht diese dem Ende zu und dieses Wochenende haben wir unser letztes Heimspiel der Hinrunde und gleichzeitig auch mein letztes Heimspiel für diesen Verein. Also seid doch alle am Freitag am Start und kommt vorbei. Unterstützt die Jungs, seit dem Trainerwechsel haben wir die ersten Siege feiern können und einen brutalen Teamgeist gebildet. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Und schaut mal, die Truppe schießt endlich die ersten Tore, zeigt Einsatz, ein dreifacher Rippenbruch fürs Team. Der Weiß hier ist auch happy. Es ist wirklich sehr stark, wie unter anderem auch die Jungs. Stunden, okay jetzt nicht Stunden, aber bis zu einer Stunde nach dem Training auf dem Platz bleiben und Sachen üben, lange Bälle trainieren, Basics, damit das flawless im Spiel klappt. Und wirklich, es lohnt sich. Wir feiern Siege, wir holen Punkte seit am Start diesem Freitag beim letzten Heimspiel. Und meinerseits in das letzte Heimspiel der Hinrunde.